Seht jetzt hinter die Kulissen von John Carter zwischen zwei Welten. Die Zuschauer wollen mit auf eine Reise zu einem unbekannten Ort genommen werden. Genau das macht dieser Film. Wo bin ich? Er wird für uns kämpfen! Ich liebe die Story. Wir wollten diese Welt und ihre Charaktere auf der Leinwand sehen. Die Bilder sind unglaublich. Ich laufe auf Stelzen in dieser umwerfenden Landschaft. Am Ende denkt man nicht mehr, dass es Willem Dafoe war, sondern man sieht ihn nur noch in seiner Rolle. Als ich die Haare springen sehen, da wünschte ich ein Zeichen zu erkennen. Es ist überwältigend. Andrew Stanton hat so eine atemberaubende Welt geschaffen. Unglaublich. Und ihn lass zeigen, was er kann.